so ich glaube ich habe jetzt elf mal elf mal bin ich jetzt mit apollyon keine ahnung wie ein biblischer charakter bin jetzt elf mal angefangen ich mache auch begrüßt niemanden ist mir egal so da muss jetzt was bei rum kommen das ist gut glaube ich doch das gut das gut das wird jetzt was pass auf leute sonst hat sich hier noch aus ja ich raste wirklich das jetzt meint zwölfter 13 sehr gut guckt euch das an schaden einfach nicht vorhanden ich flippe aus macht euch gegenseitig fertig guckt euch oh gott ich kann es ich kann es nicht glauben leute nichts nein ist nicht speed in range ja das ist super aber ich brauche ich brauche das ist gut sehr gut nehme ich mit hier ja auch sicher sicher das ist immer gut bin ich großer fan von tatsächlich ach was mei denn er ja 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 jetzt kriegst du ihn jetzt jetzt gut jetzt ist wirklich jetzt ist gut harte konzentration ist am start und 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 das läuft doch mit Frage ist Mach das jetzt einfach so Ne, da ist nix Doch, da war was Egal Ah nein Das war doof Oh, warum sind da so viele? Beruhigt euch mal Leute Nein, nein, nein Geht einfach bitte Ist heute nicht mein Tag, ne? Hm Hm ich weiß nicht was sie sagen so außer kacke ich brauche irgendwas banger mäßiges so hier ok mal gucken was gibt's hier denn na immerhin das ist doch alles nichts hier das poison das virgo natürlich mit virgo ja hier wird schon zehn minuten gestartet ich kann es nicht glauben er der kann nichts vernünftiges zu stande ständig nur hp 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 was soll ich damit ja moin komm lass da wenig cancer oder sowas drin sein oder sie es soll ich damit warum ist apollyon auch so kacke schmutz 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 Hmm, hmm, hmmm. Hmm, hmm, hmmm. Das war's. Sehr gut. Jetzt muss ich den Lackaffen nur loswerden. Auch gut. Und ich. Das jetzt. Jetzt. Gut, davon brauche ich nichts. Das lasse ich erstmal hier liegen. Jetzt. Jetzt wird's was. Jetzt langsam, aber sicher. Lass das. Juki. Ach, nö. Drei wieder. Die sind so stressig. Komm, dann versuche ich den erstmal. Naja, immerhin. Hm. Hm? Hm. Auch nicht. Was ist das? War da ne Bombe? Hat er jemand? Ah. Hm. Einfach nein. Hm. Oh. Kam da jemals was Gutes bei raus? Trifft er es? Nein. Nein. So viel Zeit muss sein. Komm, ich will ein Fünfer. Oder ein... Jetzt. Jetzt. Yeah. Wenigstens etwas. Finde ich beides, ehrlich gesagt. Kacke. Ich werde mir trotzdem für das Range-Up entscheiden. So können die Ben weiterlaufen. Wenn. ... Dann... ... ... ... Von wie vielen Seiten möchten sie beschossen werden? Hm, ja. Naja, dafür sind es ja nur noch zwei Runden. Ja, bleibt mal alle da. Find ich gut. So is good. Tf, 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 tf. Tf, tf, tf. Och, natürlich. Tf, 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 tf. Tf, 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 tf. Hm. 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 Immer mit der Ruhe. Ich schalte erst mal den hier aus. Hm. 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 Das erste ist. Ja, immerhin. Komm schon. Gib mir irgendwas. Hm. 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 Hi. Das ist okay. Das ist alles cool. Alles cool. Das war leichtsinnig. Das ist alles cool. Das krieg ich hin. Top konzentriert. Bin ich bei der Sache. Mal alles kaputt hier. Habe ich den? Jawohl. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist gut. Will ich das? Ja, anscheinend. Komm schon. Och. Och. Will ich das? Warte mal. Warte mal. Wenn ich das hier nehme und das hier mache. Das sieht noch nicht schlecht aus. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich gehe da rein. Ist mir egal. Das war gut. Könnte sagen, was ihr wollt. Es wird. Es wird. Es wird. Es wird. Hm. Oh, nice. Ernsthaft, das alte mag ich. Das ist, das ist gut für den Grit-Mode. Das ist gut für den Grit-Mode. Das ist gut für den Grit-Mode. Dann gehen wir direkt weiter. Perfekt. Das ist gut für den Grit-Mode. Mhm, 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 mhm. Hm, da. Ah, Laura. Ja. Ja. Schick. 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 Achja, hier war ich ja schon. Dich nehme ich auf jeden Fall mit. Du Wiesermixer. So. Ja, das wird alles cool. Mhm. Mhm. Es läuft mit. Es läuft richtig gut mit. Du, wer ist da? Perfekt. Ja, okay. Ja. Übermut tut selten gut. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Komm, 62%. Ach ja. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Bomben immer. Geh mir das, Voice Crack. Uh, 28 Minuten, Ebene 4, fertig, 4, 5, was auch immer, kann ich nicht hier brauchen. Gimpy nehme ich immer mit, alles ist besser mit Gimpy. Bäh. Geh. Geh. Geh, Geh. Geh. Geh, Geh, Geh. Geh, Geh, Geh. Geh, Geh. Geh, Geh. Geh, Geh. Geh. Oh, jetzt habe ich Au Oh Oh So, das sind Gegner, wusste ich Ja Whatever Ups Mhm Ja, dann weiter, ne Ach, das ist jetzt schon wieder Ach, kacke Kurz vorm Ende hier Hm 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 Ah Ach Ach Ah 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 Das sieht gar nicht mehr so gut aus. Das muss ich ehrlicherweise hier mal klarstellen. Ja, komm. Kann ich jetzt auch einsetzen. Ach, manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Bullshit. Mal gucken, wie weit ich... Ja, wie weit. Mal gucken, wie weit ich... Mal gucken, wie weit ich... So, tausende von Augen spawnen und gucken, was kommt. Alter. Lauf da noch nicht gegen, du Trottel. In dem Fall mag ich Trottel mich. Mal gucken, wie weit ich... Mal gucken, wie weit ich... Mal gucken. Mal gucken, wie weit ich... Mh, 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 mh... Nein, ich hab nen Titel. Ich hab jetzt schon nen Titel. Naja, wir sind ja... Ich bin ja kreativ während die Spiele. Ui. Oh, da ist ein Fünfer. Ach, ich lauf da doch nicht rein hier. Ich weiß gar nicht, ob es ein Cap... Also... Ob ich so viele Augen überhaupt... Spawnen kann hier. Und... Spawnen kann hier. Ah. Oh. Wow. So. Schönen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt nach diesem ekligen Mann erstmal... Äh... Gefühlt duschen. So. Ich sag mal... Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.